moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute wieder ein angezockt denn wir spielen stella 2d mal schauen was das gute spiel uns denn da mitbringt so ich würde sagen also ich habe die musik ausgemacht also props auf jeden fall dass man eine option für sound und so hat sollte eigentlich auch selbstverständlich sein aber wir fangen jetzt an let's go das nenne ich auf jeden fall grafik die zirikai invasion to the astro 3 planet begins with mass destruction almost four of their air reserves on that planet were destroyed the council of astro 3 have a virgin meeting about protecting the remaining air reserves and the defense of the planet the council hopes to the conclusion to release some prisoners including the famous council of james to be the defenses astro 3 against the zirikai invasion the fight for astro 3 begins now alles klar let's go jeder spiel ist ziemlich komisch auf jeden fall jeder spiel ist ziemlich komisch auf jeden fall morgan Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und sagen hier, den Sound of 21, Musik, hallo, jetzt, so, ja, ah ja, jetzt, war irgendwie komisch eingestellt. Aber trotzdem finde ich das komisch. Schieß nicht mehr. Oh, ne, 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 Leute. Das ist, äh, auf jeden Fall ein nerviges Geräusch. Also, ich spiele dieses Spiel nicht weiter. Ich streike. Gut, Leute, falls euch das Spiel so gefällt, ihr könnt es so bei Steam herunterladen, kaufen, müsst ihr es, glaube ich, auch. Ist kein Free-to-Play. Digga, Sprachzentrum heute nicht da. Und, ja. Mir hat das jetzt nicht zugesagt. Ich werde das auch gleich deinstallieren. Und, ja. Ja, falls euch das Video trotzdem so gefallen haben sollte, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.